halli hallo und willkommen zurück ja ich bin mal kurz vom baumodus weg und habe noch ein paar lutstrahlen gesammelt und dann war ich hier hier war ein lutstrahl und den habe ich dann erstmal weggebracht war da war ganz viel obsidian und so und dann sah ich hier diese schätzchen guck mal da 104er männchen mit so einem schönen lila lila fliederfarbenen gefeder ich möchte den haben oder den oder beide frage ist wie komme ich jetzt daran die eule will ich nämlich nicht ich werde mal ein stück nach oben warte mal ich nehme den mal weg bringt das jetzt was wie krieg ich denn ich gehe mal ein bisschen hoch nein nein nicht so ja so ist gut noch eine etage höher oder hole ich mir den da oben ja Hm. So, warte mal. Ich muss mal... Guck mal, jetzt sitzt der da. Der hat irgendwas angegriffen. Und dieser hier? Ist der 16er? Ich will den da oder den da. So, ich werd mal mit dem Composite-Bogen einfach mal ins Blaue werfen da unten. Aber ich brauche noch... Ich brauche noch... Ich brauche noch das hier. Moment, Moment. Moment. So. Okay, let's go. Wo ist er jetzt? Shit. Na toll. Das war ja wieder sehr schön. Wo ist jetzt die andere Eule? Da unten, ne? Der Composite-Bogen ist übrigens, by the way, völlig scheiße. Ich werd wieder... Ich werd mir wieder nen... ...ne Armbrust holen. Komm schon. Guck mal da. Hm. Lecker, lecker, ey. Die wird, glaub ich... Ich glaub, der wird grad weggefrühstückt. Der Ankylo macht dich doch kaputt. Schatz. Oh Gott, nein. Und du? Möchtest du wenigstens mit nach Hause kommen? Komm, ich glaub ich hab da jetzt grad kein Glück, ne? Ich glaub ich ne mega doofe Idee. Hier kann ich nicht mitnehmen. Mist. Und der wird grad weggefrühstückt. Mist, verdammt. Der ist so schön. 890. Und der Ankylo? Ja, den müssen, den müssen wir wegmachen. Na, warte mal. Ich nehm mal, ich nehm mal ein paar Pfeile rein. So, ich will, dass der sich heilt. Okay, warte, warte, warte! Das Ding ist, wenn ich jetzt anfange, den zu zähmen, das wäre jetzt ein bisschen doof, weil der echt nicht gesund ist gerade. Mal gucken. Oder? Doch, er ist wieder gesund. Na gut, dann hau rein. Aber hör auf, dich anzulegen, Digi! Oh nein, der Dimorphodon. Ach, scheiße. Level 18. Ach, jetzt komm schon. Was soll ich denn mit dir? Hast du, hast du? Ja, Baby, komm! Guck mal, der ist voll schön, den nehmen wir mit. So, mal gucken. 59 gezähmt, das ist okay. Dann packen wir uns hier noch ein bisschen Raw Matten rauf. Zack, los geht's. Der Dimorphodon kommt, äh, auf meine Schulter. Warum auch immer, der ist einfach so Beiwerk wieder, ne? Komm mit. Und du, Schatzi, komm! Oh! Guck mal, wie interessant der aussieht, der Junge. Du kommst mit, du bist mein! Nein! Warte! Wo willst du denn hin? Komm zurück! Hier bin ich. Ja! Nein? Doch, hier. Ja, genau. Das bin ich. Korrekt. Oh, lecker, 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 lecker. Ich hab noch keinen Namen für dich, aber das ist jetzt erstmal egal, ne? So, du brauchst natürlich noch einen Sattel. Wir haben bestimmt einen Sattel. Oh Gott, die Augen. So, ich muss dich kurz anschauen. Guck mal, hier schön mit dem Flieder. Das mit dem Orange passt jetzt nicht ganz so gut rein. Aber ich glaube, für eine Züchtung bist du auf jeden Fall sehr gut geeignet. So, lass mal gucken. Ähm, wo ist denn mein Teleporter? Ah, hier vorne. Hier vorne. Zack. So. Ab nach Hause. Und wir haben etwas, was zum Heilen perfekt ist. Der Pflichtschnell, der kann viel tragen. Er ist eigentlich der perfekte Agentar. So. Ähm, gut. Wir sind wieder hier. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, äh, huch. Warte. Kannst dich wieder hinsetzen. Alles wird gut. So, du kommst hier mal kurz raus. Ich bin offensichtlich zu schwer. Oh no. Oh no. Ich muss mich mal kurz porten, glaube ich, weil... Ich hänge fest. Sehr gut. Gott sei Dank haben wir das. Ähm... So, noch irgendwas? Wir lassen einen Durchgang hier. Den Rest mache ich zu. Den Rest mache ich zu. Damit das einfach von außen ein bisschen besser aussieht. Ja, natürlich war eigentlich klar, dass ich zu wenig Wände habe. Konnte ich glauben, dass 20 Wände reichen für das ganze Stück hier. Das war schon klar, dass das nicht passiert, ne? So. Okay, ich mache mal noch 20. Hier vorne lassen wir den Durchgang erstmal offen. Weil wir später ja die Ressourcen noch da rausholen müssen, beziehungsweise alles wegräumen. So, okay. Machen wir nochmal 20 Wände. Ich hoffe, die Ressourcen reichen. Sehr schön. Dann färben wir das noch in schwarz ein. So wie das hier schon der Fall ist. Dann machen wir alt 4. Zack. Das können wir ja schon mal machen. Während die Wände bauen. Ich glaube, das machen wir ja auch hier. Zack. Zack. Einfach nur, damit es passt, ne? Damit es hier stimmig ist, alles... So. Wände sind gleich fertig, denke ich mal. Komme ich da nicht ran? Hallo? Doch. Okay, 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 okay. So. Okay. Leider kann ich unten keine weitere Wand dran machen, was mich ein bisschen wundert. Guck mal, aber so sieht es besser aus. Es ist irgendwie abgeschlossen. Es ist irgendwie abgeschlossen und damit komme ich besser klar, auch wenn es nicht direkt in die Erde reingeht. Wieso kann ich da keine Wand drunter gucken? Das geht wirklich nicht. So, hier lassen wir den Durchgang. Und einmal einfärben, bitte. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Obwohl, ich kann eigentlich... Ja, Gott, da ist noch so viel Zeug drin. Nee, das lassen wir noch offen. Okay. So, dann können wir jetzt oben weitermachen. Ich will einmal kurz was gucken. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Boden hier machen soll, Leute. Ich glaube, ich sollte mich erst mal Richtung Lager bewegen, oder? Weil hier... Okay, hier haben wir den weißen Boden. Aber wie machen wir jetzt die Decke? Weil schwarz im Wohnbereich finde ich nicht so cool, ehrlich gesagt. Das ist ja alles Wohnbereich, unter anderem. Pass mal auf, wir werden jetzt mal... Ich hatte doch unten komplett schwarz, ne? Okay. Ich werde jetzt mal die Ceilings dort einfach komplett schwarz machen. Und dann suchen wir uns eine schöne Farbe aus. Also, Terrasse ist ja erstmal irrelevant. Ich mache mal hier eine komplett schwarz. So, und jetzt gucken wir mal. Set Color Profile. Also. Glas haben wir hier gar nicht. Carbon Fiber Highlights. Wir haben jetzt alles auf schwarz. Rot würde ich jetzt völlig drüber finden. Ich glaube... Ach, Rot sieht man sowieso nicht. Das ist ja schon mal sehr schön. Rot, glaube ich, wäre mega overdosed, oder? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Also, das sehen wir hier eh nicht. Moment. Einmal zurück, bitte. Das hier, glaube ich, könnte man sehen. Ich will nur mal gucken, wie das aussieht. Ich finde halt schade, dass es hier, dass man hier diese ganzen Strukturen so sieht. Und wenn wir das ganz schwarz machen, ist es eine ebene Fläche. Hm. So, warte mal. Ich versuche es nochmal damit. Vielleicht hilft das. Nein. Wenn ich jetzt alles auf Rot mache... Das sieht ja am Ende dann aus, wahrscheinlich wie so ein... Wie so ein roter Teppich, oder? Okay. Das müsste man sehen können. Okay, alles klar. Bis jetzt konnte ich nur das einfärben und das einfärben. Das bringt auch nichts. Komposit wahrscheinlich. Ja. Das sind also nur drei Sachen, die ich tatsächlich einfärben kann. So. Und wenn ich das jetzt alles so mache... Sieht doch kacke aus, oder was? Weiß ich nicht. Ist das schön? Das ist doch nicht schön. Dann hätten wir jetzt hier so einen roten Bereich. Ich glaube, die machen wir wieder schwarz, ne? Diese Außengeländer. Die Terrasse. Hm, dann haben wir hier so einen roten Raum. Wie würde das denn aussehen? Wie würde das denn aussehen? Das Gute ist, dass man das ja schnell mal umfärben kann. Ja, das Problem ist, hier geht es nicht, weil wir dann von außen auch rote, rote Wände haben. Das will ich natürlich überhaupt nicht haben. Das sieht ja richtig kacke aus. Das heißt, die Wände, diese hier, müssen wir entweder weiß, oder machen wir die orange, Leute. Komplett. Oder soll ich das alles rot machen? Aber da kriegen wir doch auch einen Krebs bei, oder was? Das ist ja furchtbar. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Hm, warte mal kurz. Ich versuche mal eine Sache. Wenn wir... Ich glaube, das war es, ne? Nee. Wenn wir... Kann man nicht nur so einen halben? 0,5 Red? Nee, das muss hier bleiben. Aber nur so ein 0,5er Red? Geht das vielleicht? Also dieses Einfärben ist echt für den Hintern, ne? Moment mal, bitte. Ähm... Das war es nicht. Plastics. Das hier machen wir mal. Nee, es waren auch die falschen. Moment. Composite war es. Hä? Wieso? Wieso? Dann macht es ja schwarz. Dann mac Finalch. Ich weiß nicht, dass der Chaos in die тому presentiert. Aber ich weiß nicht, dass es um den worte, parlerade mit ins Teigen. Aber in dem machen will. Ich halte das immer wieder auf die duh masculin. Und dann macht es ja so schnell." Und jetzt macht er das schwarz. okay wir machen folgendes das ist komplett schwarz unten haben wir ein bisschen mit grün applikation dann machen wir hier ein bisschen mit rot applikation immer folgendes pass mal auf ich nehme ich nehme diese variante hier und werde dort aber mit rot arbeiten auf dem boden das leuchtet halt noch so ein bisschen mir fällt nichts anderes ein wahrscheinlich ist die science fiction mod doch nicht so gut dafür geeignet wir machen das so und so ich will nur mal gucken das heißt wir hätten auch rote fenster das auch ziemlich cool okay so warte mal dann mache ich mache ich hier mal die einstellung so wir müssen wir müssen nein 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 plastics moment plastics wieso ist das hier nicht mehr eingefärbt was soll der quatsch weil das nicht gefärbt ist okay anders die dinge ja okay das waren die dinge machen jetzt rot so um mehr geht es ja jetzt nicht dann färbe ich kurz ein das wäre dann so aber wir müssen hier noch das fenster einmal ändern okay krass das ist krass okay damit glaube ich kann ich relativ gut um es ist halt sehr dunkel nein aber ich denke dass wir damit gut leben können oder zumindest mit dem boden mit dem bei den wänden bin ich nicht ganz sicher wir kommen ja auch noch sachen rein es kommen möbel rein ich gehe mal davon aus ich mach mal ich mach die mal schwarz hier ne obwohl doch ich mach die oberen mal schwarz nein halt nein noch mal zack so so okay dann hätten wir diese optik hier hier im flur kann ich das dahinter ach man da machen wir das zu ne zack okay weiß ich nicht ob ich das hier gut finde hier geht es auf gar keinen fall und hier ist jetzt auch schwarz das finde ich nicht okay das ist nicht okay hier brauchen wir eine andere farbe das ist auch kacke ne das problem ist ja wirklich genau das ja dass ich ich bräuchte zwei verschiedene seiten machen wir das denn mal hier würde ich jetzt ein schönes gelb machen glaube ich machen wir mal machen wir mal ein gelb und zwar war es das hier ne ja so ok das ist mir alles zu bunt glaube ich weiß ich noch nicht genau hier fehlt was hier ist was nicht okay man sieht hier eindeutig warte sind das die dinge hier ja nein sind es nicht lightning ist noch grün nein diese die hier ne jetzt kann bleiben warte die beiden zusammen hallo welches ist denn das jetzt was ist denn das wo ist denn hier noch rot das ist echt richtig richtig nervig by the way nicht besonders benutzerfreundlich ehrlich gesagt ich weiß nicht welches ich jetzt hier noch einfärben muss ist es doch das ohja ok gut machen wir hier so die tür machen wir aber auch so der seite haben wir dann diese farbe ich weiß nicht ob das gut ist und wenn man denn hier reingeht das heißt hier haben wir einmal so so wenn ich das jetzt hier oben noch einfärbe ach das sieht man gar nicht okay dann machen wir das so hier noch so aber hier haben wir das problem das ist schwarz ist und hier auch und das gefällt mir zum beispiel gar nicht es sei denn wir müssen es so machen weil es einfach nicht anders geht weil die alle anderen farben einfach nur kacke aussehen dann lassen wir es komplett schwarz wie machen wir denn die tür und wie machen wir den boden in der bei uns in der in der wohnbude also hier der eber ist ja echt blind alles leuchtet alles leuchtet wie verrückt machen wir alle schwarz ich habe das bedürfnis erstmal alles schwarz zu machen außer außer vielleicht die die wände hier die nach außen gehen die könnten wir vielleicht noch in einer anderen farbe gestalten aber der schwede schwierig finde ich schwierig Hier würde ich noch ein paar Farbapplikationen reinmachen, aber nicht so viele. Vielleicht machen wir einfach einen weißen Rand. Vielleicht machen wir auch die weiße Tür. Also dass das, was jetzt hier gelb ist, einfach weiß ist, das ist, glaube ich, auch eine schöne Idee. Hier machen wir auch schwarz. Einfach ein paar weiße Applikationen rein. Mal schauen. Ja, ich glaube, das wäre gut. Ich glaube, das wäre gut. Lass mal schauen. Hier. Und zwar alles, was gelb ist, sozusagen, müssten wir weiß machen. Das ist schwarz. Wir müssen alles rüber machen, dann haben wir weiß. Gucken. So. Plus. Die Dinger? Nein. Das hier? Nein. Ich merke mir das nicht, ne? Das Komposit? Nein. Es war Lightning? Auch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich nehme mal die Waffe noch mal kurz. Jetzt haben wir es nur schwarz. Moment. Dann müssen wir das, müssen wir das einfach hier machen. Ich weiß nicht mehr genau, war das das hier? Nein. Nein. Lighting, Composite, Glas, Tint, die Rails? Einfach nur die Rails haben? Ja. Das wollte ich. Weil ich glaube, das hier könnte auch ziemlich nice aussehen, oder? Hier müssen wir das Gelbe noch wegmachen, das kriegen wir aber hin. Also nur den Boden so. Auch die Treppe. Dann hier. Aber weiße, weiße Fenster. Ja. So finde ich gut. So finde ich gut. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir noch den Feinschliff hier. Da wird es noch ein paar mehr Applikationen geben. Also dass wir quasi im Wohnbereich eher so arbeiten werden. Dann haben wir überall so ein bisschen was Persönliches drin. Und ja, und dann geht's los. Dann geht's los mit der Einrichtung, ihr Lieben. Ich freue mich drauf. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020